Deutschlandfunk, Kalenderblatt. 30. Juli 1880. Heute, vor 140 Jahren, wurde Bernhard Weiss geboren. Hören Sie über den Berliner Polizeivizepräsidenten einen Beitrag von Regina Kusch. Es ist kein erfreuliches Thema, über das ich Ihnen heute sprechen soll. Kein zartes Lebenskapitel für empfindsame Gemüter. Die Vorträge, die Bernhard Weiss im Reichsrundfunk über seine Kriminalfälle hielt, waren bei den Hörern äußerst beliebt. Der Berliner Polizeivizepräsident versuchte stets, seine Arbeit öffentlich zu vermitteln. Wenn Sie in die Geschichte der politischen Attentate blicken, dann warten Sie in einem Meer von Blut. Und ein Bild des Entsetzens entrollt sich vor Ihrem Auge. Als Anhänger der parlamentarischen Demokratie wollte Weiss die Weimarer Republik vor rechtsnationalen Umsturzlern schützen. Nach der erfolgreichen Ergreifung der Attentäter, die 1922 Reichsaußenminister Walter Rathenau ermordet hatten, konnte er bereits auf eine ungewöhnliche Karriere zurückblicken. Am 30. Juli 1880 in Berlin, in einem liberalen jüdischen Elternhaus geboren, promovierte er nach dem Studium der Rechtswissenschaften und meldete sich 1904 als Freiwilliger in einem Kavallerie-Regiment in Bayern. Vier Jahre später ernannte man ihn zum Leutnant der Reserve, in der königlich-bayerischen Armee. Im Ersten Weltkrieg wurde Weiss erst zum Oberleutnant und dann zum Rittmeister befördert. Der Historiker Arndt Bauerkämper von der FU Berlin. Weiss gehörte zum liberalen Bürgertum des Kaiserreichs, in das er ja hineingeboren worden ist. Er war Patriot, er hat das Eiserne Kreuz beider Klassen bekommen im Ersten Weltkrieg, hat gekämpft für Deutschland, war also sogenannter Frontkämpfer und Demokrat. 1925 wurde Bernhard Weiss zum Chef der Berliner Kriminalpolizei und zwei Jahre später zum Polizeivizepräsidenten ernannt. Diese Beförderung bedeutete eine Provokation für Konservative aus dem völkischen und monarchistischen Lager, genauso wie für die Anhänger der Kommunistischen Partei. Weiss hatte viele Feinde, denn er kämpfte für das bürgerliche Recht und nicht für die Interessen bestimmter politischer Gruppierungen. Er hat sich sehr eingesetzt in der Tat für Sozialdemokraten, er hat sich sehr eingesetzt für Juden, für Randgruppen, also für all die, die im Grunde marginalisiert wurden und von Seiten der Nationalisten, der Völkischen und dann auch der Nationalsozialisten stigmatisiert wurden. Beschwerden über brutale Polizeieinsätze verfolgte der kämpferische Polizeichef genauso gewissenhaft wie die hasserfüllten Hetzkampagnen des NSDAP-Kampfplatz der Angriff. Über 60 Mal verklagte er erfolgreich den Berliner Gauleiter Josef Goebbels, der ihn mit antisemitischen Schmähungen überzogen und ihn öffentlich als Isidor Weiss verunglimpft hatte. Immer wieder publizierte Weiss Appelle zum Widerstand im jüdischen Wochenjournal CV-Zeitung. Eine Welle des Antisemitismus hat sich über unser deutsches Vaterland ergossen, von der wohl kein einziger Jude verschont bleibt. Nichts Unwürdigeres und Erbärmlicheres aber gibt es in solcher Lage, als schwächlich und mutlos den Kampf aufzugeben. Je mehr man uns angreift, desto lebendiger und kraftvoller wollen wir, aufrechten, selbstbewussten deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens, uns zur Wehr setzen. Konsequent verfolgte Weiss Straftaten von Nationalsozialisten. Nachdem im Mai 1932 mehrere NSDAP-Abgeordnete einen Journalisten zusammengeschlagen hatten, stürmte er mit seinen Polizeikräften den Plenarsaal des Reichstages und verhaftete die tatverdächtigen Politiker. Konservative wie Reichskanzler Franz von Papen warfen Weiss vor, die Berliner Polizei ginge vornehmlich gegen Nationalsozialisten vor und verschone die Rotfront-Kämpfer der KPD. Insofern war es dann auch kein Zufall, dass Weiss nach Papens sogenannten Preußenschlag, also praktisch die Unterstellung Preußens oder einen Reichskommissar, die Reichshoheit. Das weiß also mit der Regierung Otto Braun, einem Sozialdemokraten, auch viel. Bernhard Weiss, der nach seiner Entmachtung als Rechtsanwalt gearbeitet hatte, verließ Berlin nicht freiwillig. Doch als die Gestapo ihn auf die erste Ausbürgerungsliste gesetzt hatte, floh er über Prag nach London. Dass er dort nach dem Kriegseintritt Großbritanniens als feindlicher Ausländer interniert wurde, nahm er mit dem ihm eigenen sarkastischen Humor und nannte die Zeit im Lager die schönsten Ferien seines Lebens. 1949 besuchte Weiss seine Heimatstadt und Bürgermeister Ernst Reuter bot ihm einen Beraterposten bei der Polizei an, den er aber wegen eines Krebsleidens nicht mehr annehmen konnte. Er starb am 29. Juli 1951, kurz nachdem er die Nachricht seiner Wiedereinbürgerung erhalten hatte.